Ja, definitiv. So muss ich dem Dank. Ja, so super. Ich bin auch gerade. Da? Das ist ein ganz schön weiter Weg nach da unten. Ah, da ist gerade die Stelle da. Ja, ja, mhm, die ist drin. Da? Oh Gott. Ja, meine Kurve wird gerade ganz schön herzlichen, aber auch nicht kurz. Ach, du heilige. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, darum fühle ich mich danach. Nee, nee, nee. Wer macht's? Ja, es geht nicht. Ich stelle es, ja. Aber ich brauche erstmal von dort aus weiter und dann gucken wir mal. Ja, das ist einfach mal probier. Komm, das ist richtig steil. Ich dachte, fuck, das ist doch nur Schickner oder Berg. Oh. Äh. Wieso ist da schon wieder das große Renvier? Wie ist es? Vielleicht. Kann er eigentlich nicht. Soll ich auch sagen. Hm. Nicht mal ein Problem, der Back ist so steuer, wo wir wollen. Hm. Wobei, ist es noch der Back? Ich bin falsch. Oder? Komm mal, bitte. Also ich bin so falsch. Sieht so aus wie der Back, wie wir meinten. So. Äh. Clever. Alter, das Renvier rennt durchgehend von mir weg quasi. Oh Gott. Wenn das anfängt loszurennen, dann ist es aber auch sehr schnell. Aua. Ja, jetzt habe ich nur noch ein Herz. Okay, ich bin mal weg. Ich hoffe, es war nicht der Berg hier, Nico. Wir haben ein Problem, weil dann ist der so steil verschienen. Äh, ja, Mats, ich glaube, du bist schon zu weit. Quasi. Weiß nicht. Ja, ja, also die Klippe hier meine ich. Ah ja, cool. Ich hätte nur hier hintergequillt habe. Nein, nicht da. Das ist. Genau da. Oh, wow. Ich habe jetzt hintergequillt. Ja, ich dachte, du wüsstest, dass ich mit Berg die Klippe runter meine. Die Übel, die Übel, die Übel, die und hab ich gerade auswarte. Ja, nee. Wo ist denn das? Hä? Wo sind die Klippe? Also hier, die komplette Klippe dann irgendwo runter. Er hat doch irgendwo schon, ich hab noch so einen geilen Hügel gehabt. Wo wir konnten. Ach, du Heilige. Weil es eigentlich auch cool hier aussieht. Ja, ja. Aber der Berg hat da ein Stück der Stall angekommen. Also ich hab da schon ein gutes Stück gebaut. Ich hab das hinten irgendwo. Da war doch diese Kraft der Ställe Berg einfach nur gewesen, der Hochkonto. Ja, quasi da. Da könntest, könnt ihr auch entchlagen. Ja, aber da ist leider ein bisschen steil. Mal gucken, ob ich da unterkomme. Schwierig. Das wäre eigentlich sogar der geilere Weg hier. Alter, what the fuck? Ja, das ist mein Problem gerade. What? Ja, dachte ich mir auch so. Als ob... Oder ging's kurz? Aber das ist nicht richtig schade. Nee, nee, das wird klar. Da ist halt eine Platte dazwischen sitzen oder so. What? Ja, ich mach von oben weiter. Krass. Ja. Die Kurve, mit der ganzen Kurve, ich bin hier oben auch noch nicht zufrieden. Alles sehr... Lastend. Okay. Dank. Hm. Oh, war ich wo? Das Spielbild bildet mir leider eine Achterbahn zu bauen. Schade. Wir sind da links runter, ne? Ja, hier runter. Steil. ja ja schon steuer und dann ja krass ich weiß ob man ein bisschen mehr geradigen müsste ich das muss das ist jetzt gerade Warte mal kurz, bis ich regeneriert bin, bitte. Also, jetzt. Alter, wie viel der aushält. Der hat sich doch gerade nicht komplett gerevived, oder? Also, komplett geheilt. Kann doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob der mehr als 10 Schläge braucht. Alter, hallo? Ich bin zu neu gespawnt. Weiß ich nicht. Ah, jetzt kommt kurz wieder. Ist jetzt komplett despawned? What? Kann sein, dass, wenn die Gegner zu weit weglaufen, dass die komplett despawnen? Ja, kann sein. Da würde ich jetzt nicht wundern. Och, komm. Sag mir jetzt nicht, dass du schon wieder da bist an der Abschlussstelle jetzt. Alter. Ach, komm. Okay, next try, den Gegner noch mal zu erledigen. Ja, hey, das ist falsch. Ich habe hier noch ein Problem. Das Problem ist, sobald er mich hittet, muss ich entweder was essen, oder... Ja, oder mich heilen, ja. Ja, was ist das, was ich verstehe? Ist ja, Uran. Jetzt hängt er fest. Jetzt habe ich einen Entity-Spot einfach wieder. So. Durch den Boden darf ich nicht, ne? Nee, also geht schon, aber wäre ja nicht so nice. Nee, warte ich. Aber da drauf. Ja, das wird sicher nicht durchwunden, nämlich. Äh, so. Das klappt wahrscheinlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Kuhlen zu steire. Ja, das schon. Das. Boah, komm. Da fehlt quasi nichts. Komm schon. Also, was heißt quasi nichts? Komm, aber... Passt, hätte es funktioniert. Okay. Next try. Ich raten, Boden zu steile. Wir... Das sieht jetzt wahrscheinlich nicht mal so geil aus, aber okay. Wie lange es funktioniert. Und... Und... Ja. Mhm. Ach, ja, die hier ist... Ich muss mir mal nachhelfen. Oh, der ist zu steil, sagt er mir auch. Ich muss auch mal kurz nachhelfen hier. Ja, also, warum kommst du nicht irgendwie runter? Ich stelle hier Staffeln aus. Nur, wie hübsch das im Endeffekt ist, das ist eine andere Sache. Ich weiß, wie... Komm schon. Das ist jetzt im Weg. Ja, schaß ab, jetzt hängern. Im Spiel. Maschine. Oh, darauf. Ja. 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 Perfekt. Also, diese eine... Diese eine krasse Abgang nach unten, der ist echt nicht leicht. Ja, aber ich habe gerade dran. Ich bezweifle. Also, man muss echt sagen. Ich glaube, wie das noch was sein soll. Ich weiß, dass ich von unten an. Und im Beispiel entgegen den Dinger, die gegen zu kommen, auf der Hoffen, dass das das läuft. Ich weiß auch nicht, wie der Hügel war, wo ich irgendwie dachte. Also, ich bin doch mal woanders. Also, wahrscheinlich auch schon. Ich habe ja auch woanders runtergebaut. Ja, das sieht doch in Ordnung aus. Da kann ich... Ja, schön jetzt auch, dass du mir sagen würdest. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Wenn du jetzt sagst... Boah, Spiel. Was? Ich habe eben eine Achterbahn gebaut im Dschungel. Weißt du, warum geht das denn nicht? Tja. War doch Strom nötig, oder? 20 Megawatt. Oder so. Weiß ich, kann man hier machen. Okay. Let's go. Ey, die wird leider nicht auf den Berg liegen. Die Schee wird leider fliegen. Vielleicht nicht mal ankündigen. Hm. Achso. Ich habe nur Platz. Was schön findet oder nicht? Aber das wird nicht anders gehen. Hm. Okay. So, ich komme jetzt auf jeden Fall mal näher, weil das... Geht das? Ja. Das schwierigste Stück ist geschafft. Nein. Das schwierigste Stück ist am Arsch geschafft, Alter. Das schwierigste Stück, was ich eben mal hatte, ist geschafft. Das ist die erste Möglichkeit, dass du erst mal geschafft hast, es zu kassieren. Ja, und jetzt zwei großen davon rum. Ja, es geht noch nicht anders. Also, ich bin mir leid. Das ist halt jetzt so. Warum? Nach rechts? Nein. Also, äh, nach links. Sag, ich weiß, das ist scheiße. Aber es ist jetzt immer zu lang. Ach, schuld. Hm. 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 Ich hab da mal eine größere... Hm? Ja. Ich muss jetzt noch später mal hier überarbeiten, dass ich hier brauche. Ich bin hier mit nichts wesentlich. Oh, gar hier geht's. Oh, entweder platziert vom Russland. Ja, knapp drin vorbeigebaut. Ich hab's. Ja, wir schauen mehr. Wunderbar. Sag da. Bäh. Du willst ja nur zweite Schiene lang bringen. Ha, 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 ha. Ähm. Ähm, hat's... Ja. Ja, wird schon. Dann... Also, du wirst... Du wirst eine zweite Schiene, ne? Ha, ha, ha. Viel Spaß. Wenn da nix mehr hinpasst, ist aber deine Schuld. Es passt schon. Aber... Baut das mal so nachfälliger Baujürgen. Es ist achterweiter in der Luft tatsächlich. Oh, krass. Wir müssen das nochmal... Wir müssen das überarbeiten. Das ist jetzt scheiße aktuell. Das gibt's so. Aber... Ich will es erst mal schaffen, hier noch vor da zu kommen. Da kann ich mal überlegen, wie wir das gleich verschödern könnten. Maybe irgendwie. Gib mir doch hier lang. Wie geht's gar kein Weg runter, Nico? Ach, du sagst das hier unten weg. Hör mir grad auf. Wo baue ich auch drunter. Aber das ist nicht die Stelle. Nein. Ich... Sonst du markier... Äh... Machen mich ohne markieren, wenn du weggehst. Das ist nicht die Stelle. Das ist nicht die Stelle. Ja, ich so viel mehr keine Stelle merken kann. Alter. Oder ich brauche mal einen Marker. Wo bin ich? Was? Sind wir komplett falsch? Oder was? Quatsch! Warte. Er hat den... Er hat nur den Fikernisator. Ach ne. Ich seh meine... Ne, ist das richtig. Ich seh... Ich hab das pink markiert. Und ich seh nur den Fikernisator. Du siehst die nicht nur. Ich seh meine Marker nicht. Ah. Alles gut. Also du musst mir sagen, wo lang. Ich seh sie nicht. Keine Ahnung. Bin blind. Äh... Du bist mal die wunderbare Strecke runter, als ich hier gebaut habe. Ah. Ja... Es ist halt sehr... Probiert aktuell noch. Ähm... Ja, ich bin... Ich fühlst du leider, dass es nicht sehr viel besser geht. Weil es immer zu steil ist. Immer. Boom. Ja, es... Ich hab wirklich das Geiste probiert, was ging. Aber es war das First Troll. Ja, war es okay. Ja, wenn du vor unten schaust, dann... Na ja. Vor allem viel Spaß, den Streckeabschnitt hier zu bauen. Das... Haha. Nachzubauen als zweite Schiene. Viel Spaß. Ja... Hm. Also auf jeden Fall... Der nächste ist... Jetzt möchte ich... Achso, warte. Ich kann ja den... Das auf den Kompass anstellen. Was ich glaube? Da... Irgendwo... Wahrscheinlich irgendwo weiter unten. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Den Gegner wieder. Wunderbar. Achso. Wollte grad sagen. Was die... Wollte grad sagen. Ich bin da. Ja. Rennergie. Stimmt aber nicht. Ich will den Signalisator erst mal sehen. Vor mir weiter bauen. Äh... Ein Signalisator ist... Äh... Das sind Schießfeelings... Wo ist denn der zweite? Warte, der zweite ist jetzt hinter mir. Ja. Da. Ja. Ja. Wollte echte durch. Hier? Ja, irgendwie. Über die Dinger drüber. Okay. Wollten wir dann lang. Ursprünglich. Hier sind wir jetzt lang? Hm. Äh... Und danach... Da lang. Ja... Ah... Die Richtung. Aufgesagt. Was wahrscheinlich... Da... Irgendwie. Müsstest da dann nixen Signalisator. Der Spiegel... Wenn man die hoch hat. Ne Ahnung. Ja cool. Da kann ich dir die Höhe ja beibehalten. Äh... So. Da... Müsstest da hin. Da kann man tatsächlich Fliegen weiterbauen. Also müssen wir über das Ding drüber reden. Pils. Irgendwie. In das Tal. Ja, ich würd's eigentlich... Die Schienen hier nehmen wir die hier unten. Das bekommt man nicht dahin dabei. Ja, die... Das war die ursprünglichste geplante. Ich weiß. Aber... Ja. Aber... Achso. Äh... Beton kann ich... Dir geben... Schöp... Nur noch einiges. Guck mal. Ja, ne? Hup. Äh... Da. Okay. Ja gut. Die alte Schiene kann ich ja dann mal abbauen. Das... Ist ja nicht, ne? Das geht nicht. Oh. Ich passe aber in die Geschäfte. Ich hab da oben eine Pläne platziert gehabt. Und das geht nicht mehr. Das platziert... Das rote ist gerade. Lade auf die Schiene platziert. Ähm... Ja gut. Die Schiene kann ich ja neu platzieren. Ja, ja. Du schaffst das schon. Bestimmt. Trau dir da. Mhm. Ja klar. Dieser Pilz... Äh... Ja... Wieso? Du kannst nicht die Pilze zerfällen, oder? Die großen. Scheiße. Hahaha. Die ganz großen... Nehmatze. Ja, der erste Weg, der eine. Ja, dann... Das ist dein Problem. Also unsers eigentlich, aber... Danke. Danke. Ja. Du bist zu weit wahrscheinlich. Das ist die Trigger eigentlich, ne? So. Die Gegner, ich hab grad gar keine Zeit für dich, ne? Okay, ich fäll dich kurz. Ja, ich würd gern jetzt rechtskurve direkt anfangen. Hm... Du musst ja anders hin platzieren. Bis jetzt ist es noch easy. Du musst ja anders hin platzieren. Ja, indem ich die Plattform platziert habe, exakt da, wo es geht. Aber... Erstmal aussehen, wo du die Plattform platzieren musst. Das war ja schwerste halt, ne? Oh. Ich hab kein Jetpacker. Ja, ne. Das nächste Problem ist ja sowieso, wenn ich den ersten, schwierigen Teil setze, dann ist die Kurve so weit links die nächste, so dass das passiert. Ich seh's nicht, aber ja. Ja, äh, ja. Du kannst ja mal kurz recht gucken. In dem Fall erstmal... Ja, du machst das schon nicht, oder? Brauch du da, du... Schon. Ich hab dir auch da rum probiert. Du hast Zeit. Du kannst dich überwachen, ja. Naja. 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 Naja, bewacht mich mal. Aber ich kann ja von hier aus platzieren. Wunderbar. Mal von hier an. Hm. Okay. Dann hab ich Nido. Ey, ich sag mal so, es wird jetzt nicht sonderlich einfacher. Super. Ja, super. Das war jetzt aber nicht das, was ich hören wollte eigentlich. Ja, das ist auch nicht. Oh, ich brauch mal wieder dafür viel zu kosten. Es ist nur 40. Er ist 100 geholt, ey. Ja, da runter. Geht leider nur so. Ne. Ach, was hab ich eigentlich gerade platziert? Stepp. Wollte ich doch nicht. Mal platzieren. So. Oh, wo ist der andere Signalisator? Wo. Oho. Oho. Zu steil. das kann ich dir notfalls bestimmt ansagen wo der ja wo muss ich lang ich komme das gemacht ich habe die schrecke einfach kompetenten lang hier da lang durchgehen jetzt so oder oder so ja dem ist man die sache ist irgendwo da ob gesagt also ja ja ich dachte dann auch links und rechts da irgendwo in die irgendwie in die richtung doch schief ich habe Bock das bock Boah, das hat doch echt viel angeschaut. Boah, das hat bei Tara ein bisschen weh. So. So. Ach genau, jetzt kann ich dich noch da oben setzen. Genau. Das war jetzt das Problem. Wait. Oh. Hmm. Das war's für heute. äh bei schrägen die kurve bahnstrecken gehen nur die mittleren oder die ganz steigen nicht oder die ganze steuern warte noch mal bitte die schrägen rampen wo man bahnstrecken aufbeziehen kann nur die mittleren oder zwei meter nach dem autosaf werde ich mal probieren die hier neu zu machen das ist ganz schön schwierig ich weiß nicht was du meinst so gehen es aber schon ich muss noch mal die stelle runter als diese schräge nico was macht was hat ok jetzt kann ich gar nicht mehr dran platzieren wird schon funktionieren deswegen mache ich das jetzt gerade ja ja der schränk hat er einfach noch zu lange steil oh das geht cool ist auch eine schräge auf jeden fall nicht dass du es nicht vielleicht mal neu bauen müsste weil wenn ich das jetzt nicht mehr hinbekommen ich guck mach denn du schaffst das ich sag ja ich hab halt was abgebaut vielleicht halt nicht mehr bauen kann ne ich hab's gerade perfekt hinbekommen jetzt machen wir mal keinen scheiß perfekt perfekt ja so ziemlich sogar so perfekt dass ich nicht mehr das hinbauen konnte was du gebaut hattest ne warte ich wird schwierig wird auch schwierig ja ja aber ne aber das ne ne das stück was du gebaut hattest das habe ich habe ein stück abgebaut und das konnte ich nicht wieder platzieren das lag sogar das problem ja du kannst sowas nicht nico aber es ist halt so oder so schwierig also ich ich glaube ich kann einfach nicht das so bauen wie du es da hattest ja nicht mit diesen großen kurven das sich als zu schwierig an also bist du halt erst mal umbauen ein Stück hier unten noch gar nicht verlassen dann kann ich ja so lassen nur das stück da oben muss man halt dann nochmal sogar ein bisschen mit das war nicht gerade an sie hat einen guten guten start ja klar wieviel abschnepp war dazwischen keine ahnung was ok ich habe erst mal ein anderes stück irgendwie so acht genau hier hat ja auch neu gebaut ja perfekt also abgebaut dann probieren wir doch mal geht nicht wahrscheinlich absolut perfekt werden ja ich komme gleich noch vorbeigefahren das war nicht vertrengt ist es so hoch ja geil überlegte noch mehr gebaut hatte das das herr scheiß muss man rechts Das ist ein Gründer, das sie schäbt. Oh. Ach, doch nicht so weit drunter. Oh mein Gott. Uff, das ist ein Neufall, ey. Uff. Gut, mehr Scheer treffen, den Zeugraubauer und das Nerf gerade. Wird so riesig. Oh Gott. Das ist komisch. Die Raffelding läuft gerade durch. Das ist eine Ding durch. Ich bin nicht wohl. Ich trau Stand. Bei Deutschland tatsächlich? Vielleicht? Ziemlich perfekt. Komm mal bei dir. Ist das mal alles oder von Scheiß raus? Ah, nee, 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 nee. Schau mal nicht bei mir. Ach du Scheiße. Ach, guck mal noch zu weit. Die Stelle ist schwer, ne? Ja, räubern ist auch nicht so leicht. Ja, hey Nico, ich kenn das. Das Zeug da zu bauen ist schwer. Ja. Ja. Äh, ja, das wird nächstes. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht weitergehen, ja. Mann. Das sieht sowieso nicht gut aus. Ähm, das sieht generell alles sehr frakotisch aus, was du hier bohrst. Das ist, äh. Oh. Ah, okay. Wirklich den Boden. Nee. Das geht. Oh komm, wir haben ein erstes Stück geschafft. Ja, dann muss man ja noch umbauen. Halbwegs. Ach, wobei. Ah, 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 ah. Nein, nee, das sieht nicht perfekt aus, Nico. Ja, also besser als deins. Finde ich tatsächlich. Das ist, äh, ich weiß nicht schon, wie meint es vorher aus, Nico. Ich glaube, meint es besser. Du brauchst doch nochmal, wie es vorher war. Ich versuche das gleiche. Easy. Ja, dein A ist tatsächlich das übelste Rechtsknick. Ja, so wie da da. Ja, ich weiß. Ich hab erstmal so gemacht, dass es überhaupt funktioniert. Äh. Die, äh, nachfolgende Strecke davor sind, glaube ich, schon ausgewählt geworden. Probable deins war dann. also ich gebaut habe noch zum ende 13 das geht runter auf diese minute alter 34 ja du brauchst mir schon 22 hat geholt also ja es geht besser da müssen wir noch mal vielleicht bearbeiten ich habe selbst die schiene übrigens abgebaut um 19 was ja 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 ich habe jedes mal geschluckt wirklich weitere schiene abgebaut ja das sieht doch schon gut aus dass wir auch und hat auch unseren angeschlossen und auf dem boden dann muss ich gucken wo lange schütze ich 100 prozent genau wollte uns schauen was dauert er bis zum zeit ich habe schon das eine ja ja so warte durch das wird sehr schwierig ja guck mal wie das dann machen wir uns schwimmen wahrscheinlich durch die veräußert nächste woche das ist ja das ist eine schöne schnecke freitag ist es sind angesetzt und samstag mehr wie auch genau und das ist ja dann wohl nicht das ist auch irgendwie gut dann habe ich mal keine schöne schnecke ok ja dann war es das für diesen stream gewesen vielen dank fürs zuschauen und bis zu einem weiteren stream auf jeden Fall Tschau!